Ja Freunde, es ist endlich soweit, Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, der Prolog zum nächsten Teil, Metal Gear Solid, Phantom Pain. Wir starten heute auf der Playstation 4 mit der Kampagne. Ich werde jetzt nochmal die Hintergrundinfos einblenden, damit alle Leute, die keine Ahnung haben von der Welt von Metal Gear, nochmal so ein bisschen in die Story reinkommen. Wer das Ganze nicht sehen will, der soll einfach vorspulen, denn ja, wir schauen hier ein Video. Also, bis gleich! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 10 Tage vorhin haben wir die Beleysen, dass Pas noch live ist. Sie hat erlaubt. Sie wurde von einem Belizean gefangen, die in den Karriben befindet. Also, was der Plan ist? Die Beleysen, bevor wir verabschieden? Nein. Ich habe etwas anderes in mir. Unsere Freunde in Cypher denken, Paz könnte ein double-agent sein. Sie ist für eine Unterlegung in einem Camp auf der Südenküpfung von Cuba. Blacksite, schön. Ein Stück von Amerikaner auf Kommunistischen Land und aus US-Legang. Die nächste Inspektion der Mother Base muss sich irgendwie verbunden sein. Die Zeit ist zu perfekt. Die UN-Nuklear Inspektion? Meine Meinung ist, dass sie versuchen, Paz über Paz zu lösen. Wir sind nicht eine Nation. Was, wenn unsere Möglichkeiten rauskommt? Und wir haben die ganze Welt aus, um uns zu verlassen. Having eine amerikanische Privat-Intelligence-Agenheit involviert, ist schlecht. Cypher ist derjenige, die Paz über uns in der ersten Zeit senden. Sie wissen, dass sie ihre Natur. Genau. Paz ist nur ein Link zu Cypher. Wenn sie noch alive ist, wir brauchen sie auf der Seite. Daher geht es ja. Daher geht es ja. Und die Ying 대� Beethoven den Trojan-Horse ist in! Das Pirate Crackdowns are go! Move! Die Racken-Versionk Die Racken-Versionk Die Racken-Versionk . Die Racken-Versionk So who's the other target? That would be Chico. He's being held in the same area as Paz. Last radio contact was 40 hours ago. Find them both. Bring them back alive. Enter the compound from the South Cliff. Secure Chico and Paz, then report back from the rendezvous point. We'll send a chopper from across the Cuban border. You should be back at Mother Base in time for lunch. You'll probably just miss our guests. The only catch is you go in solo. The politically sensitive nature of the mission meets backup is not an option. Fine. I like some alone time now and then. I like some alone time now and then. I'm in front of the prison camp. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. Kept you waiting, huh? Come on. Okay. Das war's. Das war's. Oh Mann, Freunde, die Grafik hier ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Ich hab noch nie so eine gute Grafik auf irgendeiner Konsole gesehen. Okay, wir können hier die Soldaten markieren und belauschen. Eine Tür. Ja, hier kommen wir rein. Wen haben wir hier? Na gut, wir müssen hier drüben hin. Zwei Mann hier. Und einer hier drüben. Noch ein Turm. Was haben wir hier? Eine weitere Tür. Und noch ein Turm. Unbemannt. Na gut, ich hätte eine Idee. Und zwar, wir müssen wohl hier die Tür nehmen. Dann werden wir mal los und legen uns hin. Okay, der hier. Der wird uns sehen. Wenn wir den hier aus dem Weg räumen, dann hätten wir hier freie Bahn. Denn wir müssen ja da drüben an die Tür ran. Die Markierungen bleiben. Sehr interessant. Okay, wir warten hier nochmal. Bis er einmal schwenkt. Und dann holen wir ihn weg. Was haben wir so? Pistole, Gewehr und Granaten. Ruhe, ganz ruhig. Immer so ein bisschen Geduld mitbringen. Geduld ist eine Tugend, besonders hier in Metal Gear. So, legen wir los. Der muss sitzen. Ein Problem weniger.